malzeit freunde willkommen zurück bei fortnite und den schlurf auf eis aufträgen dieses mal durchsuche eismaschinen oder kühlboxen die eismaschinen kennen wir die stehen zum beispiel an tankstellen rum machen so einen sound einfach hingehen öffnen zack aber fortschritt oder die kühlboxen die sind so türkis weiß die stehen auch überall auf der map verteilt einfach mal die augen offen halten hingehen öffnen und wir bekommen fortschritt bei der herausforderung natürlich habe ich jetzt noch einen kleinen clip für euch damit ihr genau seht wie so eine eismaschinen und so eine kühlbox aussieht und in diesem sinne macht's gut bis zum nächsten mal